Hallo und guten Morgen von der Ostsee. Wir sind mit der Mein Schiff gerade unterwegs nach Helsinki. Das heißt heute noch einen halben Seetag. Heute Abend werden wir wahrscheinlich nur reinfahren nach Helsinki, um einen kleinen Happen zu essen. Aber morgen gibt es dann die große Packung Helsinki den ganzen Tag. Wir legen glaube ich wirklich erst um kurz vor Mitternacht ab. Es wird also viel zu sehen geben in diesem Video und ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest. Ich bin Sebastian on Tour und bei mir geht es um Reisen, Urlaub und alles was dazu gehört. Wenn du neu hier bist oder es bisher noch nicht getan hast, lass ein Abo da, schalte die Benachrichtigungen ein und du wirst automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wenn du schon länger dabei bist und mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann freue ich mich über jeden Like und jeden Kommentar. Ich bin ein Abo da, schalte die Benachrichtigungen ein und du wirst automatisch. Ich bin ein Abo da, schalte die Benachrichtigungen ein und du wirst automatisch. Ich bin ein Abo da, schalte die Benachrichtigungen ein. Ich bin ein Abo da, schalte die Benachrichtigungen ein und du wirst ein bisschen vertreten. Ich bin ein Abo da, schalte die Benachrichtigungen ein und du wirst dann sehr gut. Ja, wir haben gestern den Regen auf dem einen Platz. Wir haben einen Punkt drauf und dann für uns auch alles auf den Platz. Für Treikohle, für Treikohle. Yum Wings, du wirst es. See you. See you. See you. See you. See you. See you. Die Wege zu den Nachbarstaaten sind kurz. Das estnische Tallinn liegt nur 80 Kilometer entfernt, zum russischen St. Petersburg sind es 300 Kilometer und zur schwedischen Hauptstadt Stockholm sind es 400 Kilometer. Apropos Schweden, der große Nachbar beeinflusst Finnland bereits seit dem 12. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert gehörte Finnland sogar zu Schweden, um 1800 verloren die Schweden Finnland an Russland. Nach der Kommunistischen Revolution in Russland wurde Finnland wieder unabhängig. Helsinki ist erst seit 1812 die finnische Hauptstadt. Finnland gilt mit seinen gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern als das glücklichste Land der Welt. drowning in Russland einde Höherland, das ist ein Jahrhundert. Er ist ein Jahrhundert und herhundert. Und er ist ein Jahrhundert. Er ist ein Jahrhundert. Anruhe des Menschen in Russland. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Das war's. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. You like? Oh, well, it's early after that I see the boat. Ingo. Ingo. Das ist heavy, right? 22 und so. Ja. 24. 22. 24. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 28. 25. 25. 26. 25. 26. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.